Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Video gibt es ein Walkthrough durch die Xperia UI auf dem Sony Xperia Z1. Wir haben natürlich wieder viele verschiedene Homescreens, die wir mit einer Pinch-Zoom-Geste rückwärts in eine Übersicht stellen. Dort können wir dann einzelne Homescreens als festen Standard-Homescreen auswählen. Wir können Seiten löschen, wir können natürlich Applikationen, Widgets und andere Apps hinzufügen. Entweder festhalten und draufziehen oder wir schießen sie einfach drauf. Oben ist dann jeweils der Ausgewählte, der dann bombardiert wird. Natürlich können wir noch das ein oder andere Netze-Feature hinzufügen. Wir können Google Now natürlich öffnen mit einer Homescreen bzw. Home-Taste nach oben. Wir haben alle laufenden Anwendungen, die wir auch hier wieder nach links oder rechts wegschieben können. Das Ganze funktioniert fluffig und smooth und schnell. Halten wir das Ganze fest, können wir die App-Info aufrufen oder es zur Seite schieben, man kennt das schon. Außerdem haben wir wieder diese kleinen Q-Slide-Apps, die Sony immer in die Software integriert. Hier können wir beispielsweise einen Taschenrechner aufrufen, einen Browser, das in einem kleinen Fenster öffnen und nicht nur eine App, sondern gleich mehrere. Da kommt ein Taschenrechner hinzu oder irgendwelche Zeichen-Apps oder irgendwelche Wecker oder sowas. Ihr seht das schon. Gut, haben wir das gesehen, machen wir weiter mit dem App-Graw, also dem Hauptmenü. Wir haben hier 4x245 Applikationen, also 20 pro Seite. Können natürlich mit einer Wischgeste hin- und herwischen und ganz links, wir kennen das schon vom Z-Alpha beispielsweise, haben wir eine Übersicht. Hier können wir die Applikationen umsortieren, alphabetisch zum Beispiel. Oder so wie wir es gerne hätten, können den Play Store aufrufen und natürlich haben wir eine Statusleiste. Hier sehen wir dann kleine Toggles, also Schnellzugriffe für WLAN, Bluetooth, ein- und ausschalten. Natürlich sehen wir Benachrichtigungen, wir können hier Q-Slide-Apps aufrufen und so weiter. Das war's, vielen Dank für Ihre Zeit.